Einmal bei dem Jeep hier vorne bei Autos. Das ist vielleicht besser. Ne, 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 hier nie lang. Scheiße, ey. Wir haben nie gedacht, dass es dann so weit runter geht. Geht's dir gut? Einmal freigod. Scheiße. Ja, auf jeden Fall hier aus dem Team. Scheiße. Ich geh mal hier rüber. Ich versuch die mal zum Rennen. Ich hab ihn ausgenockt. Warte. Hier, der ist bei mir, der andere. Der ist hinter der Autos. Pass auf. Geh in die Deckung. Wie umrennen die jetzt sein? Ich umrennen. Ne, bleib du dort. Ich umrenne den. Nein, das schmeißt Granaten. Pass auf. Ist er noch im großen Truck? Okay. Ich hasse es jetzt. Das kürzt mich gerade an. Hab sie. Boah. Ja, ja. Aber ich wäre fast selber drauf gegangen jetzt. Scheiße. So, klar rein ins Gebäude. Obwohl ich gehe links hoch. Das war ich. Keine Sorge. Noch ein Energy Drink. Wie soll's so anders sein? Ich hab eine angeschossene 3 Euro Weste. Also eine leicht angeschossene. Na, ich bin jetzt aber Freund von dem angeschossenen Gelübde. Ach du, eine angeschossene 3er Weste ist immer besser als eine 2er Weste. Genauso wie ein angeschossener 3er Helm immer besser ist als eine 2er Weste. Ich sag's bloß, ne? Also nicht, dass der hier... Die hat ja nicht immer... Da geht mal ein Drittel weg von der Sicherheit. Das ist nicht erzähl los. Hier bleibst du an einem hässlichen... Ja gut. Reden wir nicht drüber. Hab ich dir mal 4-fach rausgehalten? Ja, oder? Ja, ja, aber warum? Ja, weil ich's gar nicht selber trauze für die Mini, aber ist egal. Schieß mir 2-fach. Okay, irgendetwas schießt? Hast du geschossen? Ne, ich war doch best geschossen. Kann der wohl nicht sagen, woher? Kam er von gerade auf, äh, eher auf Westen in die Richtung, denk ich. Ja, was, ne, denken ist, denken ist nie gut. Hansi, wissen, ist Macht. Ich denke, das war ein Schuss aus der Arme. Das waren 2 Schüsse. Ich hab's in der Aufnahme. Ich hab das Gefühl eher, dass das von, von, ähm, Norden kam. Oder Nordosten. Okay. Woher? Keine Ahnung, ich hab das Gefühl, außerhalb der Zone hier scheinbar. Lass uns hier hinten raus auf Westen. Muss mich heilen, das war ein Headshot, Alter. Ohne Scheiß. Das war ein Headshot und der kam von, das muss aus der Zone rausgekommen sein. Verstehe ich bloß nie, weil die Zone frisst wie die Sau, ne? Ich hab ihn ausgenockt. Der andere schießt mit dem Karabiner. Ja, ja, der ist in der Hütte. Ich hab Luft, ey, pass auf. 3 Kills, der eine ist tot. Ich bin über dem. Ja, okay. Warte, ich komm mit ran. Haben? Sehr gut. Da hat ein Gillian, was öffnet, der von oben kommt. Ja. Tappen. Pass auf. Ja, ja. Habe ein Instant. Super. Den musste ich mir holen, Entschuldigung Schnecke, ging mir anders. Ist alles okay, ganz legitim. Vor mir schießt auch einer. Vor mir schießt auch einer, ich weiß bloß nicht, wo der ist. Er könnte bei mir hier oben sogar sein. Wenn der den, näher irgendwo dort muss er sein. Also ich weiß nicht, ob der an dem Drop ist. Auf jeden Fall stehe ich in dem seiner, in dem seinem Schussfeld und das macht mir grad kein Spaß. Ich sehe aber auch keinen. Ich bin so weit safe am Drop, wenn du es schaffst. Ich schaffte, kommt doch nicht hoch jetzt. Hansi, was soll denn das? Das bringt mir nichts. Oh, siehst du, die hatte ich noch nie. Die ist gut. Ich suche die Schützen raus. Warte mal. Unten im Haus ist definitiv einer, hinter dem weiß gepoppt ist ein kleiner Kompo. Oder ist einer drin? Ja, ja. Ich weiß. Was? Ich suche den K-Schützen. Warte mal. Ich sehe diesen perfekten K-Schützen nicht. Der haukt hier irgendwo unter mir. Åter super. Okay. Die Sch sniffle auf die Schmerzen liegtig auf der Fallrappung. Das ist bei mir ja noch einer. Der ist alle, der dich jetzt ausgelockt hat. Das ist dann der letzte, pass auf. Lass die sich eliminieren, das ist dann dein letzter. Das ist der letzte Schnecke. Mach ihn Ruhe. Hast du eine Granate? Nein, ich habe keine Granate. Ist egal. Ganz easy. Punkt ist voll. Alles was du hast. Der muss aber auch raus dort. Naja, easy going. Du hast noch 18 Sekunden. Dort ist er. Der weiß nicht, dass du dumm bist. Komm weiter raus rein. Feuer. Hast du aber Schmerz bitte? Ja, ja. War alles klar? Warte mal. Nein, nein. Alles klar. Krieg mal hin. Er muss jetzt raus. Jetzt hat er. Einwand frei. Siehst du? Sehr schön. Geil, Alter. Schönes Ding. Steakj strings geworfen. zur anderen维ess Wassermann zu능. Das war für die Kulte geworfen. Vielen Dank.